Ah, das geht ja gar nicht. Wirtschaftsgipfel ohne Gewerkschaften. Mann, warum schaffen die das in Paderborn nicht, was die in Berlin auch können? Gemeinsam, alle Mann zusammen. Zusammen leisten sie einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Alle. Alle zusammen, Politik und Sozialpartner. Alle zusammen tragen dazu bei, dass Menschen in Arbeit und Unternehmen am Markt bleiben. Zusammen, alle.